Herr Hofmann führt eine sehr gute freie Meisterwerkstatt, in der immer viel zu tun ist. Da heißt es gut organisieren, damit alle Autos rechtzeitig fertig werden. Doch das klappt nur, wenn er sich auch auf die schnelle Lieferung der Teile verlassen kann. Zum Glück bestellt Herr Hofmann bei Hess Autoteile, denn die haben nicht nur ständig mehr als 120.000 Teile auf Lager, sondern auch die schnellste und transparenteste Lieferkette am Markt. Aus dem breiten Sortiment bestellt er alle benötigten Teile. Sofort wird ihm angezeigt, mit welcher Tour welche davon geliefert werden. Die meisten noch am selben Tag. Über den Service Hess Track wird Herr Hofmann benachrichtigt, sobald seine Teile in das Lieferfahrzeug geladen wurden. Er kann nun ganz sicher sein, dass diese bald bei ihm ankommen und sieht sogar genau wann. Nach jedem Zwischenstopp wird die voraussichtliche Ankunftszeit aktualisiert. So kann er die Auslastung seiner Mitarbeiter und Bühnen bestmöglich planen. Besonders bequem ist die Lieferung in seine Hess Zone. Dort muss er seine Teile nicht einmal persönlich entgegennehmen. Der Lieferant von Hess legt diese in einem festen Bereich ab. Herr Hofmann bekommt unmittelbar eine Benachrichtigung. Teile, die er zurückgeben möchte, hat Herr Hofmann zuvor einfach in die Hess Zone gestellt. Diese nimmt der Lieferant gleich mit. Ganz automatisch. Diese und viele weitere Services von Hess helfen Herrn Hofmann, die Abläufe in seiner Werkstatt maximal effizient zu gestalten. Damit er mehr schafft und weniger Stress entsteht. Hess Autoteile. Autoteile weiterdenken.